Ich begrüße euch zu Wunderweib-WebTV. Das neue Jahr startet ganz super, zumindest für Arnold Schwarzenegger. Der war ja so gut wie geschieden, aber Maria Schreiber scheint ihm die Affäre und das dazugehörige Kind zu verzeihen. Denn Arnie wurde schon wieder mit Ehering gesichtet und Maria geht auf Kuschelkurs. Unsere Message an die betrogene Ehefrau, wie kann man nur so dumm sein? Eine ganz andere Promi-Ehe ist so kurz vor Jahreswechsel in die Brüche gegangen, die von Katy Perry und Russell Brand. Der Russell hat nach nur 14 Monaten die Scheidung eingereicht. Irgendwie haben die Promi-Ehen generell eine recht kurze Laufzeit und hier sind die Top 5 der kürzesten Promi-Ehen. Auf Platz 5 Sheenet O'Connor und ihre Blitz-Ehe mit Barry Heritage. Diese Ehe dauerte gerade mal 16 Tage. Auf Platz 4 Eddie Murphy. Der ist ja wie bekannt ein schwerer Nöter und bei Frauen hat er nicht wirklich ein gutes Händchen. Seine Ehe mit der Schauspielerin Tracy Edmonds dauerte nur zwei Wochen. Auf Platz 3 Wer im Vollrausch Ja sagt, bekommt kurz darauf die Quittung, denn die Ehe von Carmen Electra und Dennis Rodman hielt nur neun Tage. Auf Platz 2 Dennis Hopper. Er ruhe in Frieden. Zu Lebzeiten war er ja kein Kind von Traurigkeit. Seine Frau hat ihn nach nur acht Tagen verlassen. Und die wohl kürzeste Ehe ist die von Jason Alexander und Britney Spears. 55 Stunden dauerte sie und musste nicht mal geschieden werden. Eine Annullierung reichte. Tja, ein Ausflug nach Vegas kann eben auch so enden. Die Nachricht verbreitete sich im Internet wie ein Lauffeuer. Beyoncé und Jay-Z sollen angeblich schon Eltern sein. Von einer kleinen Tochter, die angeblich sogar schon einen Namen hat. Und zwar Tiana May Carter. Und bei Twitter rasselte es Glückwünsche über Glückwünsche. Und es gibt sogar schon ein lustiges erstes Foto. Herzogin Catherine ist nicht nur in England eine Trendsetterin. Jetzt bekommt sie auch von uns eine Auszeichnung. Und zwar den Look der Woche. Denn sie hat die breiten, dunklen Augenbrauen wieder salonfähig gemacht. Die dicken Balken über den Augen geben ihr die richtige Strenge für den Look einer richtigen Lady. Und das war's auch schon für heute. Tschüss, bis zum nächsten Mal.